hallo und herzlich willkommen zurück zu kena bridge of spirits ja wir haben in der letzten folge gesagt dass wir diesen bereich jetzt in dieser folge machen werden was wir auch tun werden kommen wir hier irgendwo hin schauen wir doch mal einsammeln ist immer gut es ist hiermit alles nur deko ich habe ja immer noch die hoffnung dass man sowas mal aufmachen kann oder was drin finden kann so einen kleinen freund oder so okay da ist irgendwas holt mir das ganze raus bitte dankeschön so trotzdem kann ich hier nicht das machen was ich möchte oder muss ich mich da drauf stellen da bin ich mal gespannt was das noch wird hier also das mysterium müssen wir uns wahrscheinlich dann erstmal aufbewahren gehen erst mal ein stück weiter rein okay also wir sollen nach geradeaus das ist mir schon klar aber ich würde natürlich gerne alles mitnehmen was ich hier so kriegen kann das so was ich meine die sind gut die sachen kann das hier wirklich nicht ich denke mal ich muss da hoch damit ich da rein komme ich bin mir nicht sicher aber wir probieren das mal kommt ein bisschen weiter hin kommt was gerade so schön da nein machen wir es einfach so so leute geht das auch ein bisschen schneller okay ja genau perfekt einmal das du hast geisterpost gefunden okay du hast etwas gefunden was einem dorfbewohner gehörte bringe es zu seinem haus ins dorf der ort ist auf deiner karte markiert okay das ist doch interessant und das mal weg jungs dankeschön so was ist das denn jetzt hier für eine markierung ach so moment ist das hier der ort ja ich wollte jetzt eigentlich auf die karte gucken aber ist okay so geht es auch hoch die frage ist nur wir können ja noch nicht allzu viel machen okay die machen nur einen schlag ja komm schlag mich schlag mich schlag ich dich halt und der macht aber böse schlag kommt jungs keine angst da hoch bitte ok und auch Oh, wir konnten jemandem helfen, dass er Ruhe findet. Das ist doch schön. Das sieht mir so ein bisschen wie ein Hühnerstall aus. Und da sitzt einer dieser kleinen Kerle drin. Das ist auch nicht schlecht. Ach ja, so einen schönen Selbstversorgergarten hätte ich auch gerne. Wobei der natürlich ein bisschen angefressen ist, weil der nicht mehr so gut funktioniert, glaube ich. Ist schon alles ausgetrocknet. So, was haben wir hier noch? Hi, ich sammle dich ein. Ja, jetzt brauchen wir noch vier. So, da. Achso, das sind Säcke. Ich wollte gerade sagen. Kommen wir denn hier überhaupt rein? Doch, ja. Ah, sehr schön. Okay, wir haben wieder einen neuen Hut bekommen. Da ist noch was. Wir haben Karma-Punkte. Das ist sehr schön. Ich glaube, 160 brauchen wir für das eine. Ist da noch irgendwas? Nee. Okay. Perfekt. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee, ne? Da kommen wir... Ach, gucke mal. Da kommen wir auf der anderen Seite aus. Hilft uns aber auch nichts. Zumindest momentan noch nicht. Das sieht mir übel aus. Das war das Haus, wo wir drin waren. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh, okay. Da kriegen wir den nächsten Bosskampf, so wie es aussieht. Schauen wir hier nochmal kurz. Da waren wir eben drin. Ob wir hier noch irgendwas machen können. Das sieht mir so nach einem Rätsel aus. Aber vermutlich eins, das wir jetzt noch nicht machen können. Sondern erst, wenn wir diesen Boss hier besiegt haben. Ich wollte es mir übrigens angewöhnen, vor solchen Kämpfen immer mal zu speichern. Weil ich nicht weiß. Ich glaube, er speichert nämlich nicht automatisch. Ich meine, ich habe beim letzten Kampf nichts gesehen. Ja, ich kann das. Keine Sorge. Es gibt mehr dieser Nassi-Seth, der im Weg geht. Kannst du es wegnehmen, damit wir durchkommen können? Natürlich. Ich bin doch die Heldin des Spiels. Äh, ja. Okay. Die Rott können Spezialblumen reinigen und Kenas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke dein Rott auf sie, indem du X drückst. Okay. Oh, das war ein Gegner. Sag mir das so einer. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ich wollte gerade noch sagen, das muss ich mal ausprobieren. Ähm. Naja, ich muss aber erst mal die anderen überlegen, weil die sonst immer im Weg rumstehen, habe ich so das Gefühl. Nein, weich aus, weich aus. Okay. 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 Nein, ich sehe dich nicht mehr. Wo ist er? Ich muss dich als erstes erledigen. Ja, 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 ja. Du nicht. Komm her. Ja. Ja. Mein Problem ist jetzt nur gerade, ich weiß nicht, ob die jetzt unendlich wiederkommen. Ah, jetzt. Ah, okay. Okay. Okay, also anscheinend kommen sie nicht unendlich wieder. Ich habe schon die leise Befürchtung gehabt. Schau, Hanna, ich weiß, was das ist. Es ist eine Forst hier. Waldtränen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rott wieder her. Verwende rechts, links, um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rottfeinde angreifen, Barrieren zerstören und Verderbnis bereinigen. Okay. Äh, wo muss ich dich dann hinbewegen? Ich kann nur nichts sehen in dieser Perspektive. Ah, müssen wir dich nach oben bringen? Kann das sein? Nein! Okay, das müssen wir nochmal machen. Jungs, ich brauche nochmal eure Hilfe. Ah, komm, schneller, 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 schneller. Och, nee, ne? Komm, geh da hoch. Los. Ja, dann lassen wir das liegen, komm. Ist nicht so schlimm, ist nicht so wichtig. Daran. Okay. Ja, zumindest den Bereich haben wir schon mal. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, wie seid ihr denn hierher gekommen? Ich musste mir den Weg hier freikämpfen. Moment, hier ist noch was. Moment, Objekt. Ah, Objekt freigeben. Okay, vielleicht reden wir dann doch erstmal mit denen. Ach, ich habe so eine Vermutung. Okay. Ja, ja. Ich, ja. Ich habe recht gehabt, glaube ich. Ähm, dann kommt mal mit. Hier müssen das Ganze, denke ich mal... Ich kann aber keine Markierung gerade sehen. Denke ich mal hier hinbringen. Ja. Okay. Und dich kann ich dann wieder nehmen. Um hier ein bisschen aufzuräumen. Okay. Dann so. Gut. Ich hoffe, die können wir unendlich nehmen. Nicht, dass die irgendwann auslaufen oder so. Okay, das hat mir jetzt nicht so viel geholfen. Aber da kann ich hochspringen, ne? Also das müsste ich trotzdem nochmal machen. Also nehme ich an, dass ich da hochspringen kann. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Fake ist. Nein. Komm zu mir. Komm da hin. Los. So. Und das noch. Okay. Perfekt. Also. Da können wir aber so... Das heißt, das hätten wir gar nicht machen müssen, ne? So wie es aussieht. Na gut. Na, komm. Spring hoch. Also das mit den Springen ist ein bisschen lästig teilweise, muss ich sagen. Hier komme ich jetzt gar nicht hoch, oder wie? Hä? Ah, okay. So geht's anscheinend auch. Gibt's hier rechts im Bus? Okay. Nein, 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 nein. Du sollst da ran, wo du dich dranhängen kannst. Das kann doch nicht sein. Ja. Das habe ich nämlich schon gedacht, dass man hier irgendwie rüberspringen muss. Okay. Und da unten ist auch nichts. Was wäre jetzt... Ne, da ist nur die Blume. Gut. Das hier sieht allerdings nicht mehr so gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Ich hasse diese Kämpfe. Also halt, stopp. Ich wollte mit euch noch reden. Ja, genau. Warum solltet ihr auch irgendetwas tun? Na gut. Das heißt, gut weiß ich nicht. Ja, du machst das zweimal. Wer? Ich weiß auch nicht, ob die eventuell mehr Erfahrung sammeln, wenn ich die im Kampf einsetze. Ich glaube, ich kippe mal lieber hier weg. Ja, weg da. Also anscheinend kommen die doch unendlich, so wie es aussieht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da hinten geht es auch nochmal weiter. Oh, was ist das für ein... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Nein! Ja, die weicht aber auch nicht aus, wenn die sowas hat. Was ist das? Ich will erst die Kleinen haben. Mann, 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 das mit dem Ausweichen müssen wir echt nochmal üben. Also die macht das nicht dann, wenn ich drauf drücke. Kann hier rot? Doch, jetzt kann ich so da hinschicken. Boah! Mann! Echt, ey. Wie oft soll ich diese Blume jetzt noch machen? Ja, das will ich doch hoffen. So, kann ich das auch? Hallo? Wenn ich nicht hingucke, kann ich es machen. Okay. Ach da. So, was haben wir hier? Hallöchen! Okay. Brauchen wir dich dafür nochmal? Ich denke mal, hier geht es weiter, ne? Kann man leider nicht erhellen. Boah, so glücklich, ich sehe da an, das ist gut, wenn ich mich jetzt so schaufe. Okay, das heißt wohl so viel wie, die sind bei einem Unwetter oder so getrennt worden. Wo ist der jetzt hin? Hallo, Herr Geist. Oh nein. Sag jetzt nicht noch ein größerer Bosskampf. Ich dreh durch. Die Maske soll ich da benutzen? Die Maske soll ich da benutzen? Taro! Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, jetzt weiß ich nur nicht, in welcher Richtung das Haus jetzt... doch da oben, ne? Ja, die Frage ist nur, wie kommen wir da weiter? Dann würde ich aber erstmal sagen, dass wir hier einen kleinen Cut machen und dass wir dann, ja, den Mr. Russo im nächsten Teil finden werden. Oder zumindest werden wir ihn suchen. Ich hoffe, dass wir ihn noch finden. Bis dann! Ciao!